Hier geht's mit Elie Gela. Elie Gela. Elie Gela, du bist der beste Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elias. Ich bin großartig. Und ich sehe dein Video auf YouTube. Bei Solo kann man kein Geld verdienen. Wenn wir Teams machen, können wir um Satz machen. Warum kann man bei Solo kein Geld verdienen? Als ob ich um Geld spiele, Bruder. Ich fahre mit Antennen und Stützräder und alles, Digga. Ja, aber das ist das Gleiche, wenn ich sage, bei Teams habe ich dich schon mein Team. Ja, jeder, ich glaube, ich bin nicht der einzige Schlechte, oder? Jedes Team kriegt dann einen Duny. Ich habe Elie aufs Flanken. Bruder, was redest du? Bruder, du kannst nicht mal diesen Bus fahren, diesen virtuellen, den du gefahren hast. Ich sage, wir schmeißen 25 Subs rein in den Pott. Ich sage auch. Das ist aber nett. Nee, ich bin, also Jungs wirklich, da kann ich's gleich schenken, Wallah. Ist doch Team, Bruder, ist doch Team. Am besten ich darf wählen mit einem Schlechten. Ja, finde ich auch. Zwei schlechte wählen. Merz und Elders wählen. Weil, guck, es ist ja, es ist Reapers dabei. Ja, Reapers ist doch alleine. Danny ist ein Star. Das heißt, Reapers fährt schon mal safe mit Merz. Dann ist schon mal auf jeden Fall ein Ausgleich. Warte mal, ist Musti, Musti mit? Ja, Bruder, ich bin scheiße. Ja, Musti. Dann Musti auch rein. Also, Jungs, wartet ganz kurz. Wir machen so, schau mal. Musti und Mert dürfen anfangen. Mert ist älter. Musti, wir müssen da den Respekt zeugen an Mert. Genau, hab mal Respekt lang. Deswegen hab mal Respekt lang. Äh? Aber es geht um Samstag oder um Geld? Hallo, Musti. Hallo, Musti. Inshallah hat Rippers schlecht in dem Fabo. Oha, Bruder. Was sagst du da? Weinhag ist auch im Fabo. Okay, merkt euch eure Teams, Leute. Merkt euch bitte. Mert weiter. Musti! Sehr schön, Edis. Du hast gelernt, Edis. Du hast gelernt, Edis. Danke, danke, Edi. Sane ist sehr stark. Ey, Mert nimmt Sane. Ey, die haben Sane Reapers. Wir haben verloren. Nein. Er muss jetzt Willi nehmen. Er muss Willi nehmen. Sane, hä? Willi? Ja. Aber woher? Wen kann ich 25 geben? Wenn Rojo nicht trollt, dann Rojo. Ach. Ich hab auch auf Rojo tendiert. Ja, ja. Ja, dann... Hey Leute, ich steh frei. Ich steh frei. Ich steh frei. Hinten. Wir haben übrig Eldos und Edis. Nur noch Eldos. Ja, Bruder. Ich nehme Edis. Oh mein Gott. Eli muss mit Eldos und Musti. Nein. Ich sag ehrlich, Eldos ist nicht so schlecht. Aber haben die Eldos und Musti? Er ist nicht so schlecht. Nee, aber ich sag Musti ist besser als Mert. Mert stinkt hardcore nach Scheiße. Roat, ich sag ehrlich, Roat ist das letzte Mal echt Scheiße gefahren. Sane ist sehr gut. Edis ist überraschend. Ich sag wir gewinnen Jungs. Weird talk. Also Musti, du musst mehr Punkte machen als Mert. Eldos mehr Punkte als Edis. Ich mehr Punkte versuche ich als Roat. Ah, ne? Willi mehr Punkte als Sane und Fabo mehr Punkte als Reapers. Dann haben wir es. Okay. Wir sind rot Jungs. Garschi, vielen Dank für 5 Nachis. Ja. Okay. Heide. Heide. Erster Platz, Klippen. Diese farbige Ding, da gibt Münzen, ne? Ja. Traf da. Welches farbige Ding? Da an den Außenseiten, Start. Das gibt dir Münzen direkt. Das wusste ich nicht mehr. Ja, hab ich auch letztens Cup gelernt von irgendjemandem. Ehrlich jetzt? Das ist wie bei dieser Waterfighting. Ich fick Reapers. Hab Reapers rasiert? Stand auf der 1. Hä? Jungs. Ich hab 4. Wir haben 1 noch nicht mehr. Okay, warte mal. Die sind alle hier hinten. Das hätt ihr sehen müssen. Willi hast du nicht gepackt? Das ist schlimm. Ne, das war irgendjemand von den anderen. Bei Mario Kart werde ich auch noch 10. Bruder Mert ist so scheiße, Jungs. Was? Ich schwöre, also. Willi, wir müssen sie packen da vorne. Ja, ich weiß aber, ich hab nix können attackieren. Ich hab nen Boomerang, aber ich weiß nicht, ist riskant. Elders Feuerblumen ist nach hinten. Reapers wurde gepackt. Ja, ja, ich mach nix. Ich hab nen Reapers nochmal. Sehr schön, bravo. Hast du Reapers? Ja, ja, ich hab ihn geballert. Bravo. Ich hab ihn gepackt, ich hab ihn gepackt. Wichtig, wichtig, wichtig. Reapers ist auf keine Rohr. Ich hab rot auf Rohr, rot auf Rohr. Mach, 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 mach. Ja. Noch eine, der hat Schutz hinten dran. Mann, lustig. Hab ihn. Wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig. Ist rot auf 1? Ja, kannst du mich tanken? Ist rot auf 1? Ja, kannst du mich tanken? Soll ich rote werfen? Nein, ja, warte, ich mach meine, dann wirst du deine. Jetzt. Werf deine. Ab. Gönn. Wichtig. Er ist weg. Ich bin auf 1, ich bin auf 1. Ich bin auf 2, ich bin auf 2. Zane und Dinger sind 2, äh, äh, 3 und 4. 4 sind die. Ich bin 5. Jetzt darf keine für den ersten kommen und ich schaff's. Ja. Du musst tanken, ja. Du musst tanken. Ich lass das Doppelgeschenk frei. Hast du gehört? Ich hab rote, ich hab rote, ich hab rote. Oh mein Gott, ich bin von der grünen. Wie geht das denn? Weiter, weiter, weiter. Die sind hinter dir, Willi. Ja. Ich muss Risky machen. Ich bin weg. Weiter. Oh mein Gott. Ich konnte es nicht machen. Ich konnte nicht. Nein, Jungs. Was hat Wofas gemacht? Bruder, die haben uns so gefickt. Ich bin einfach weg. Ich war die ganze Zeit frei. Bruder, ich bin, ich bin der größte Klinik. Oh mein Gott. Die klauen mir meine Pilze. Wir haben aber Mittelfeld. Glaube ich. Bruder, ich hab uns geworfen. Der gleich war. Wie, Digga. Muss sie, also wirklich, ne? Bruder, ich kann dir nichts machen. Hä? Habt ihr Klinge gehört? Jello? Bitte nicht, Eli. Raus, er sagt, geht raus. Er sagt, geht raus. Er sagt, geht raus. Meinst du sicher, dass er das sagt? Ja, Bruder. Er meint, geht raus. Bin da, bin da, bin da. Armjaws? Nein. Menina macht die Großbestellung mit, äh, Dings da, Wassersachen und muss jetzt alles aufmachen und reintragen und die muss zweimal hoch und runter kommen, Bruder. Hoffentlich. Also, ich sag, wenn du sowas leakst, müssen deine Kassen richtig scheppern. Wenn's nicht mehr läuft, dann gibt's ein Penis-Leaks, Alter. Eli, wärst du sauer? Angenommen, ich hab ein Penis-Video von dir und mir bietet einer 10 Millionen. Ja. Und ich sag, Eli, ich geb dir 7, ich behalte 3. Ich glaube, es ist noch zu früh. Noch zu früh? Aber ich sag, mit einem 7er-Lachs. Joa. Jeder, der kann, nimmt diesen. Ei, Jungs, wir müssen kurz nehmen, wir sind jetzt blau. Wir sind jetzt blau, by the way. Ja. Heide, heide, komm mal, Guys. Wir legen hinten. Oh, gut. Dann muss die, pass jetzt auf, wenn du abschießt. Ja, Bruder, dann pass auf, bisschen. Ja, Bruder, Levanti auf 1, aber... Hä? Guck mal, Sane, ja, Pässe weg. Bin da. Ich kann nichts machen. Digga, Eli, bist du das da hinten? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich komme. Ich schaff das. Wir sind alle hinten, ne? Nur für eure... Die sind alle hinten? Ich bin da, wir. Ich bin da, wir. Ich bin auf 3. Die sind alle vorne. Ja. Bruder, ich bin 15 Sekunden später losgefahren als Mert und Edes. Und ich hab die jetzt Gäste überholt. Ein Stein spawnt auch vor mir. Mal, Meter. Heide, konzentriert euch, Leute, kommt. Ach, Bruder, ich fahr wie Egon Kowalski, Digga, nach dem SES. Bin auf der 5. Konzentrieren, wer ist da ganz vorne? Ich bin auf 2. Ja, ich bin auf 3. Das ist rot, das ist rot. Wer ist 1? Wer ist 1? Ja, aber wer? Es kommt leider für den Ersten. Ja, Bruder. Oh, wichtig. Aber von denen oder von uns? Ich werd' gefickt, ich werd' gefickt. Ich bin auf der 2. Das geht gar nicht. Bruder. Ich denke, dass hier auch eine für den Ersten bekommen ist so respektlos. Bruder, wo ist denn Reapers? Ja, weil er nicht gefickt wurde am Anfang. Das hat ihn richtig gepusht. Ja, Bruder, eine von mir bekommen. Ich werde rote Eli für Reaps. Okay, warte, ich mach' auch, ich mach' auch. Ich hab' drei Stück. Ich bin hinter dir, Fabu, ich bin hinter dir. Oh mein Gott, wichtig, wichtig, wichtig. Ja, ja, wir haben 2, 3, 1. Äh, 2, 3, 4. Warte. Ich attackier' ihn nochmal. Ich kann ihn richtig oft. Ich hab' vier rote. Du musst alles attackieren. Ja. Ich hab' ihn gefickt. Ich bin Erster. Wichtig, wichtig, wichtig. Bruder, er hat drei rote abbekommen, ne? Fabu, da kommt was auf dich. Bruder, wie kann er zweimal Turbo bekommen? Oh, ich kann nicht blocken, Eli, ich hab' nur einen Pilz. Bist du auf der 2? Ja, ja. Wichtig. Ich bin auf der 3. Wichtig. Geil, wichtig. Ich bin auf der 4, Verzeihung. Aber ich bin jetzt auf der 3. Ich glaub' ich nicht. Ich kann einen blocken, Eli. Ich fahr' jetzt, dass ich Prozente. Nicht nach hinten werfen. Ne, mach' ich nicht. Nicht nach hinten werfen. Bin eins. Bruder. Ich hab' vier. Ich hab' vier. Ich hab' vier. Ich bin... Ich... Oh mein Gott. Ich bin 15 Sekunden oder so später losgefahren, ne? Ja. Ich bin noch neuter. Wichtig, wichtig, wichtig. Jungs, wichtig. Ich bin noch neuter. Bruder. Bruder. Merz. Ich schwör's dir. Merz fährt mit Suju Coin. Ich sag's dir so wie's ist, ist das krass. Bruder. Ich hab' ihn... Jungs, ich bin 15 Sekunden später losgefahren. Ich hab' Merz nach paar Sekunden überholt. Es ist geisteskrank. Ich weiß nicht, was er da macht. Okay, Jungs. Ich kann zweimal blocken. Ich hab' ihn in der Luft gefickt vom Bananen. Ich hab' ihn in der Luft gefickt vom Bananen. Wir brauchen einen für den ersten Geist. Ich mach' alle von vorne, ne? Ich mach' alle von vorne, ne? Wir begonnen das Rennen. Erste Runde ist Aufwärm runter. Levant auf die Eins kommt vorne, Alter. Kann nix machen. Seitdem ich einen Gaming-Controller habe, läuft's hier alles anders. Roat ist vor mir. Ich fick Roat. Ich snipe. Ich bin auf fünf. Und nicht funktioniert. Oh mein Gott, diese Bananen, ey. Jungs, ich brauch' euch. Ich brauch' einen für den ersten. Musst du hier nicht nach hinten schießen. Nein, ich schieß' mich nicht. Wir sind alle vorne. Wir sind alle vorne. Ich hab' doch hier Roat. Na, ich hab' auch schon probiert. Ich hab' drei Grünen. Ich hab' drei Grünen. Ich hab' drei Grünen. Ja, ich halte, ich halte. Komm' down, Jungs. Komm' down. Digga, wie hittet das nicht? Mach' ihn weg. Nicht geschafft. Pilze, ich kann Meter machen. Edi, pass auf. Ich hab' einen roten Marsch. Oh nein. Wir krachen. Ja, ich kann nicht weg. Ja, ich weiß. Ach, Digga. Dann fahr' vorbei. Boah, die haben richtig viel zum Decken vorne. Wir kriegen die, glaube ich, nicht weg von eins und zwei. Außer blaue. Ich komme mit Blitz. Ich halte den Rücken mit drühen Schild. Bro, wie lange hat Zellen seinen Stern, ja? Ohne Spaß, Bruder. Fabo, hast du was? Ich hab' rote. Geh' weg, Fabo, geh' weg da. Ja, warte. Ich hab' mal... Sechste Runde, Jungs. Eine für erste. Ich glaube, für uns. Eine für erste. Eine für erste. Oh mein Gott. Für mich. Ich hab' rote mitgenommen. Ah, was? Junge, das ist doch schlecht. Boah, ich hab' drei Grüne. Rote, meine ich. Ich bin auf sechs, ne? Ich bin zwei, ich bin zwei, ich bin zwei, ich bin zwei. Oh mein Gott. Was? Ich hab' noch drei. Ich hab' noch drei. Ich hab' noch drei. Ich hab' noch drei. Was ist das denn? Wow. Gut so, gut so, gut so. Ist gut, ist gut. Ist okay. Blauen Blitz, Bruder. Guck dir mehr, Bruder. Guck dir mehr hat dann. Zwei in Stuttgart. Ach du Scheiße. Chris Führig. Wir sind aber immer noch vorne, ne? Wie viele Punkte hatten die vorhin? Vorsprung? 14. Ne, sechs Rennen sind's. Ach, es sind immer sechs. Sechs Rennen sind's. Ja, und eins haben wir abgebrochen und jetzt sind wir... Okay, dann drei. Drei jetzt noch. Ja. Ja. Okay. Wir brauchen jetzt, also... Die sind Wash Jungs, ich sag' euch ehrlich. Ja. Ach du Scheiße. Ja. 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 Ich wurde einfach neunter gerade. Wegen dem Nuckenblitz. Ja. Wegen diesen hässlichen Windpitz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab eh kein Damage bekommen. Ja, aber ich. Ja. Geil, Digga. Banane fahren, so geil. Die sind alle vorne, ne? Ja. Ich bin vorne, ich bin zwei. Abort. Ach du Scheiße, diese Map. Oh, die Bombe. Aber du hast noch einfahren. Die sind ganz weit hinten. Ja, ich weiß. Ich hab was zum tanken, aber nichts zum attackieren. Bruder. Ist jemand von uns eins? Ey, du bist doch zwei. Sag doch was, Bruder. Weepass ist vier. Weepass ist vier. Ausstand, Bruder. Ich sag doch, dass ich zwei bin. Was ist das für ne Map? Ja, das ist echt komisch. Der hat mir zu, Digga. Sorry, Leid, gemeiner. Weepass washed up auf fünf. Wer ist auf vier? Ich. Ich kann dich einmal beschützen. Ich lass dir Zweier, falls du eins buchst. Ne, ne. Ich kann dich, ne. Ich kann dich einmal beschützen. Okay. Ich halte vier. Jungs, was seid ihr? Wer ist eins, zwei? Ich bin drei. Eldors ist zwei. Wer ist eins? Ich fahr richtig konzentriert, Bruder. Eldors, wer ist eins? Eins ist sane. Bruder, diese Map, no joke. Eldors, versuch ihn zu attackieren. Versuch ihn zu attackieren. Eine für Ersten. Eine für Ersten. Ja, das ist für Eldors. Ich werd gepackt. Ich werd gepackt. Ich werd gepackt. Egal, ich bin auf zwei. Eldors, kannst du mich, kannst du mich safen? Ich mach grün nach vorne, Willi. Äh, rot. Okay. Oh mein Gott, die Map. Oh, ich hab da rote. Oh nein. Oh, das war anlackiert. Ja, ist ne steinische. Ich werfe nach vorne. Ist okay. Wir sind zwei, drei, vier. Passt. Zwei, drei, vier. Oh mein Gott. Reapers ist acht oder so. Reapers ist acht. Ja, Jungs, Jungs, Jungs. Roads stinkt nach scheiße. Weapers neunter Platz. Wie schlecht ist Roads? Guck dir. Nein, nein. Weapers ist nicht mehr der Alte. Er ist es nicht mehr. Ja, geht's schön. Geht's schön. Geht's schön aus. Fünf, drei, zwölf, vierzehn. Eldin. Eldin. Vertrau mir. Mach. Elf. Fünfzehn. Und acht. Eldin, der kommt immer. Meiß, sieh, zwölf. Weapers wird attackiert. Sehr gut. Boah, ich krieg drei verfickte Bananen. Boah, ich krieg drei verfickte Bananen. Boah. Jungs, die sind ein, zwei, drei, vier. Besser wird, also. Ey, erster Raum, wo das hat gewonnen. Erster Raum ist auch gewonnen. Ich will die nicht überholen, die werden mich so ficken. Ey, ich hab einen roten. Soll ich mal vorne? Ja, mach nach vorne, mach nach vorne, mach nach vorne. Ach. Immer jetzt, rot nach vorne, rot nach vorne. Ich fetzt mich ab, Bruder. Bin auf drei. Ed, ich bin hinter dir. Roat fickt mich. Ich bin auf vier. Kann Roat nicht überholen. Bin sogar hinter Mert gerade. Ey, nee, ein Ding ist hinter dir, Roat. Er ist vor mir. Ich hab Roat. Ah, fuck. Ne, wer ist hinter dir? Zane. Ich kann mich aber ein paar Mal beschützen. Oder was? Ist das krass. Jungs, die sind eins, zwei, drei, vier. Jungs, ich brauche euch. Ne, wir haben eine. Ich bin zwei. Ich bin nicht mehr zwei. Butter fickt. Ich hab keine Münzen, Digga. Ich hatte Kier. Jetzt rote nach vorne. Ich hab Sane. Ich bin hinter Fabo. Ich bin auf vier. Okay, ich bin fünf. Ich geh Doppel. Aufpassen, doppel ich Banane. Sehr schön, sehr schön. Du hast einen. Pilz aufbewahren. Du Scheiße. Ich hab eine für den ersten. Mach! Sie fliegt, sie fliegt, sie fliegt. Eine für den ersten. Ich brauche Pilz. Gib mir Pilze, 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 Pilze. Das gibt's nicht. Ich bin dritter. Hab Sane. Boah, wir haben reingeschissen. Wir haben reingeschissen, weil ich gegen die Scheiß Rohre gefahren bin. Das war aber nicht so schlimm, oder? Ich glaube nicht so schlimm. Oh mein Gott. Oder war schwer, ja. Aber ich glaube... Wir haben noch... Oh mein Gott, Digga. 18 Punkte. Insgesamt... Vier. Vier noch. Vier noch? Ja, plus vier. Vier Punkte noch. Muschi, du bist viel weiter. Wir müssen jetzt einen auffahren. Jello besser geworden in Einspiel. Ich sag's euch. Ey, das ist die Map. Jeder hatte seine Hausaufgaben. Ey, jeder der kann, muss die. Ja, ich bringe nichts da, Digga. Ja, Mann. Bruder, ich würd jetzt auch nehmen. Wir brauchen eins, ganz wichtig. Ich bin unterwegs. Ja, Reaper fährt so'n Moppet, Alter. Du hast ihn mockt. Mann, da vorne direkt. Fick ihn. Sehr schön. Ich bin eins, ne? Ich bin vier. Ich bin eins. Hä? Oder? Der bei mir hing auch gerade. Ich hab's gesehen. Fabo, ich bin drei. Ja. Ich hab drei rote. Kann dich verteidigen. Mach, mach, mach. Ach, Reapers hat mich gefickt. Ich hab Reapers gefickt. Ich hab Reapers gefickt. Mich auf, mich auf. Bruder, ich werd gefickt, was geht. Reapers hat mich so Wolli genommen. Ah, boah. Bis Snipe Reaps? Doch nicht. Verrückt. Ne? Ich bin eins. Oh mein Gott, ich wollte was runterfahren. Boah, wie schwächt die Map? Jungs, ich brauch's. Boah, was hat Billa? Ich bin vier, Eli. Ich kann. Ich bin hinter dir, aber... Oh, ich hab drei Leute geknallt. Okay, wir sind äh, 654. Ich bin eins. Ich hab älteres nicht bekommen. Oh, die sind grüner. Eli, ich probier's. Ich probier's, aber kann nicht. Attackier's? 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 Ich hab nix zum attackieren, deswegen. Ich muss warten. Okay. Ich hab Blitz. Ohhhh. Wichtig, Eldin. Wichtig. Die werden jetzt safe. Ich bin auf zwei. Ich bin auf zwei. Die werden einen für den ersten. Ich hab einen roten für dich. Okay. Ich kann mich auch... Nur einer für den ersten. Roter ist auf mich. Roter ist auf mich. Ich bin ganz hinten, nur dass ihr wisst. Einer ist mit Turbo. Achtung, Mitte. Mach Mitte frei. Ja. Ich hab zwei zum verteidigen für dich. Boah, Jungs. Das sieht so gut aus. Ich hab zwei verteidigen. Für den ersten, für den ersten. Pass auf. Für mich? Gegen uns, gegen uns, gegen uns, gegen uns. Ja, ja, für dich. Kannst du... Boah, Bruder, ich werd so durchgefickt. Ich hab keinen Pilz. Ich hab keine Tröte. Bin over. Gib Pilz. Kam nicht, aber kam nicht an. Das ist von mir, Bruder. Wie? Ich hab gesagt, einen für den ersten. Ach so, von uns. So, ach so. Ich hab auch anders. Okay, Eli, ich bin immer noch hinter dir mit zwei. Wichtig. Komm, Pabllo. Ich hab Reapers vor mir. Ich versuch ihn. Wer ist drei? Ich, ich bin vier. Reapers ist drei. Attackier, attackier. Was ist das Zeug? Ja, ja, ja. Ich versuch ihn. Ich versuch ihn. Er darf nichts zum Schützen haben. Ich muss noch Sand in. Ach geht dann. Digga, die klauen mir alle. Muss die nicht in die Mitte, nicht in die Mitte, nicht in die Mitte. Oh, Bruder. Alles. Eli, ich hab nur noch eins zum verteidigen. Ich hab ja nichts leider. Reapers hat gechokt. Ich bin drei. Ich bin eins, Jungs. Ding ist sauber. Oh mein Gott, ich hab gejokt. Willi, pass auf. Erster Platz. Besser wird's nicht. Willi, pass auf. Erster Platz. Ich hab ihn. Bin zwei. Wichtig, wir haben's dann. Oder ich hab vier, ich hab vier. Wichtig, Jungs. Wichtig. Erster Win. So ein aufgefahren, Digga. Boah. Reicht das? Ja, ne? Bravo, Jungs. Boah. Four Weapers, Digga. Der wahre Gotti. Let's go. Ich brauch Screenshot, Chat. Ich brauch Screenshot. Und wo waren jetzt die fucking Hater? Wo waren sie nochmal? In allen Games, Chat, ist die Lernkurve da. In allen Spielen. Also wenn wir jetzt gewinnen, Jungs, schon komplett 25 Subs. 100 Euro verdient durch gutes Game. Alle nochmal sich an die Hausaufgaben machen. Wir sind rot, ne? Yeah. Naja, wir sind rot. Du hast das gewinnen, ja? Okay, come on, guys, come on, guys. Jetzt bin ich dann, Bro. Ey, du bist besser als Creepers als alle, ne? Du weißt. Gerade eben, ja. Gerade eben war ich erster. Und jetzt auch? Gotti, Gotti. Ey, wir sind rot. Pass auf. Einer ist runtergefallen. Bis jetzt noch kein Geschenk gesehen, ja? Ich auch nicht. Ich bin ein edes Arsch reingefahren. Zählmock nach Scheiße. Boah, auf den 10. Zwei Pilze, das ist krass. Bruder, Mann! Bruder! Einer hat mich basiert, ja. Ich hab Mert gefickt. Ich hab ne Tröte auf zwei. Ich hab ne Tröte auf zwei. Ich hab ne Tröte auf zwei. Wir brauchen einen für den ersten. Boah, musst du nicht den ganz hinten. Ellos, du brauchst Rote. Ich bin drei. Fabo zwei. Oh, ich hab auch zu sehen gedrückt. Wer ist das denn mit dem Boomerang, Mann? Fabo, ich wird geklaut. Check nichts mehr. Einer für den ersten. Oh, ne, er hat ne Tröte, er hat ne Tröte. Ich seh einen gar nicht. Einer ist bei mir ein Geist. Oh, das ist eine von denen. Wer? Ja? Ich seh nix. Schau, der ist voll unterwegs. Sieht nicht gut aus. Schau, alles nach vorne will ich. Mach ich grade. Die haben 1, 2, 3, ne? Die haben 1, 2, 3. Boah, was ist das, Bruder? Was denn? Das ist unfair, der ist ein Geist einfach. Von denen. Bruder, die ficken uns grad, was wir brauchen, ne? Wir haben noch. Digger, wie geht das denn? Wir brauchen Blitz, wir brauchen Blitz. Ja. Wir brauchen wirklich was Krankes. Ich komm nicht vor. Geh weg, geh weg, geh weg. Hab Edis? Einer für Erste. Von dir? Nein, nein, nein. Ich sag Roti, ich sag Einer für Erste. Achtung. Ich bin 4. Ich bin 5, aber ich hab nix zum attackieren. Eli, er schießt nach hinten. Pass auf. Aber Rohr hat es washed up, er schießt nicht mehr. Ne, oder? Ach Digger. Ich nehm links, ich nehm links. Ach Digger, was trifft mich denn da? Mann Digger. Fabo, hast du mich abgeschossen? Ja, ich glaub schon. Ich hab diese 8 gehabt. Einer für den ersten. Oh mein Gott, ich bin dritter. Das war's. So schlecht. Hä? Wie ging das denn jetzt? So schlecht. Wegen Punkte? Egal. Heimelk, du musst gleich. Bruder, ohne Sinn. Ich schwör. Oh mein Gott. Schleudelig, Mann. Sorry. Hier komm. Wieder keinen guten Start. Und dann reiß. Fick mich. Alter, was war da? Was, was hab ich gebrochen? Nein Bruder, ich bin runtergefallen. Ich bin 2 oder war 2. Fick mich. Bruder, was trifft mich da? Bruder, ich bekomm auf 10, bekomm ich Pilz, ja. Ich bin auf 3. Ich bin auf 3. Ich bin auf 4. Ich bin 6. Wir müssen die attackieren, Jungs. Die sind 1 und 2. Die sind auch 3 und so. Ich mach 1 Meter. Ich mach 1 Meter. Gut, Willi, gut. Ich bin hinter dir, Willi. Ich attacke Reefs. Schütz mich. Ich wurde gepackt, Bruder. Hab 1. Okay. Stain kommt. Hab 1. Boah. Ja, ja, ja. Ist das krass. Hast du den gefickt? Haben 3. Hab Reefs. Sind die 1? Ich fall wieder auf selten Stelle runter. Schaste die Map so krass. Reefs ist 2, Reefs ist 2. Ich hab einfach den ersten. Willi. Nice, wir haben Reefs, wir haben Reefs. Okay, Willi, ich hab Tröte hinter dir auf 2. Okay. Wolli, ich hab Reefs gefickt. Dark Farbe. Ich bin hinter dir. Wichtig, wir haben 1, 2, 3. 2. Ich hab 3 rote. Ja, aber zum blocken. Blocken. Ja, ja. Bei mir stinker. Ich hab wieder geblockt. Ich hab 3 mal geschafft zu blocken. Winten kommt die Hinter. Wichtig, wichtig. Ach du Scheiße, ich mock. Bin rausgefroren. Ach du Scheiße. Nein, ich bin verdammt. Egal, ich bin 1, ich bin 1. Ich hab 2 Sachen zum blocken. Ich hab nur noch 4 Münzen. Lass mir Münzen. Schreib ihr das? Ich lass alle Münzen liegen. Ich hab ok, Eli, geh weg. Also, ich bin auf der Regen Seite. Lass mich ganz links. Ja, ja, ich nehm nix. Ich hab eh. Oh, so ne schlechte Runde. Ne, wir haben 1, 2, 3 oder nicht? Ja, ich bin 6. Ich bin 6. Pass. Geh weg von... Mann, wo wurde er? Hat noch einen blauen erwischt? Hab einen blauen erwischt? Ich überfahre nochmal Reapers, Bastard. So, hab. 1, 2, 2. Ich hab gejoked. 7. 1, 2, 5, 6. Ja, passt. Ja, wir haben paar Punkte gemacht. Ich war sehr unlucky, aber... Habt ihr gefallen, wie es nochmal ging, gefahren bin? Ich glaube, wir führen. Boah, richtig. Boah. Jungs, 2 Punkte. Wir haben... Wir haben 10 Punkte gerade gut gemacht. Mert 2 Punkte mit 4 Plattenreifen fährt man. Ey, 2 Punkte ist krank. Fährt den Monitor aus einfach. Mert hat wirklich letzte Reihe ernst genommen. Gott, ihr auf die Hand? Ihr merkt euch... Wie war's reingefahren in meine Banane? Passt auf auf Items. War auch jemand gepackt. Das war so dumm. Bin eins. Stark. Wie kann Reaps aber so schnell sein? Das ist der Christian. Mach nach vorne, Edos! Ey, einer ist vor mir. Oder warte, warte. Du hast doch rot. Was? Er ist vor Levanti. Einer hat mich aus dem anderen genommen. Ja, Reapers. Ja, Reapers. Habe ich jemanden getroffen? Ich hoffe nicht. Ich bin best 2. Wer ist denn 2, Jungs? Äh, ich jetzt. Hab Reapers genommen. Die sind alle im Mittelfeld? Ich hab 3. Ich hab 3. Bruder, wie wird mir da bitte ein Geschenk geklaut? Fick nicht jetzt. Ja. Reapers auf 6 nur. Aber halt, halt. Ich bin hintergefahren. Ich halt, ich halt. Wie? Wie? Was hitten, Bruder? Hä? Ich hab sogar was am Arsch. Hä? Schwöre verbuggt. Oh mein Gott, Digga. Genau in der Sekunde, wo ich geiler. Ich bin over. Das ist crazy jetzt. Ich bin 1, ich bin 2. Reapers auf Stern, Reapers auf Stern. Ich bin 4. Weiter, weiter. Meter machen, Meter machen. Mittelfeld gehört uns. Abgehör zu mir mit Pilz. Oh mein Gott, oh mein Gott. Fabo, schieß mal bitte. Ja, ja, ich schieß. Ach, Bruder. Oh, Sane hat eh des. Wie geht denn das überhaupt? Sane hat eh des gefickt. Ein letzter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Komm, Fünfter. Ich bin 2. Ich bin 2. Ich bin 4. Ich bin 4. Hol ihn dir. Hol Sane. Ja, er hat rote, er hat rote. Er hat mich gepackt. Bruder, ich bin 2. Eldos Meter, Eldos Meter, Eldos Meter. Mann Bruder, was überfährt mich denn da? Ich halt mich aber nicht. Wichtig, Eldos, wichtig! Let's go. Wichtig, dass du Rort da gepackt hast. Bruder, wir wurden 2. 3. 4. Guck mal, was du gerade gemacht hast. Ey, Fabo. Ey, das hat uns gerade 3, 4 und 5. 2. 3. 4. Ich hab dich nach Hause geschickt, Fabo. Ich schwöre, du hast den Tanker angesehen. Bruder, Mert. Jungs, ich muss kurz rüber. Mert, 3 Punkte. Mert, fährst du mit dem Monitor aus? Ähm, ich hab mein Lenkrad ausgepackt. Probier's mit Lenkrad. Mert übernimmt die Subs, glaube ich, heute. Äh, ist er da? Awww. Sane, Bro. Eine Frage. Wieso bremst du ab und benutzt die Tröte? Ja, hab ich gesehen. Ich hab nicht gebremst, Bro, Edis. Ich bin in die Wand gefahren. Ich sag ehrlich. Ehrlich, bitte. Ehrlich. Also, ich hab gesehen, wie Sane vor meinen Augen, eh das weggetrötet hat. Da hab ich auch gelacht. Hab ich gelacht. Also wirklich, ich versteh das auch nicht, Sane. Jungs, bei denen ist es over. Die sind absolut im Arsch. Absolut. Aber ich gönne. Ich gönne auch. Diese 25 schmecken. Bruder, so leicht verdiente 25 Subs. Weißt du was? Ich gönne diese Lunge. Und sie waren frech. Sie haben so gesagt. Jaja. Bruder, weißt du, wie man nennt? Äh, das Hochmut? Kommt vor dem Fall. Einen. Ja. Ich weiß nicht, was das heißt. Kommt weg. Kommt weg. Kommt weg. Kommt weg. Lass, jeder der kann jetzt. Der Berater. Guck mal, Edis, ja, spielt mit Donkey Kong. Wallah. Wallah. Ja, ey. Ach, Digga, ich hasse das, wenn man in Sachen reinfährt, wo welche was am Arsch haben. Bruder, warum? Aber gug mal. Bruder, warum trifft dich das? Ohne Sinn, das war meine Rote, aber die ist auf dich gegangen. Ja, die Schütte ist auf mich gegangen. jetzt war es wieder an seine bananen ich bin noch eine führung er macht bombe ich war vielleicht hinter auf die auf die warte auf die linke seite jetzt von dir ich mache jetzt links ja mach 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 aber ja das tut mir leid nicht nach hinten schießen ich bin auf drei den tank ist kann ich hier durchfahren ich weiß nicht für wen von denen ja ich habe mit bombe aufgenommen war doch schon vorbei ich habe eins 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 ich mache zwei drei drei zwei drei stark war sie da noch nicht meine bombe war so wichtig märten ist letzter scheiße ich war so weit entfernt oder oder sie haben uns gepackt ich habe ich hatte eins halt ne wir sind ich nicht ehli und ich ehli und noch einer wir sind halt gut weil wir 24 25 25 haben das ist mittelfeld ist tut mir leid kommt mittelfeld ich war hinter eldos bruder was ist da passiert das kann nicht sein dass sie auch 2345 sind ich war hinter eldos bruder was ist da passiert schöner clip schöner clip geht es 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 guter start ich habe guter start ach du scheiße ich habe es gesehen ich habe kein geschenk bekommen ich habe auch nichts für mich wir sind ein zwei oder bin ich bei sein rein ich muss den bogen fahren ach du scheiße jungs ich könnte sie ficken fix sie warum oder wie trifft es denn nicht aber guck mal guck mal guck mal wo du ehli kopf jungs sie sind 1 2 3 4 ja machst du nix ja ich werde gepickt guck mal wahrscheinlich treffe ich nicht sein oder ach scheiß drauf bruder blitz oder das war es von jemand der hinten ist von uns wie viel runde ich bin neunter lieber im blitz ich nehme doppel ich habe doppel geschenkt bitte 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 hält das bitte bitte meine pilze wollen wir weg nein keiner kein blitz ach bruder das ist krank bruder herz ich küsse dein herz natürlich hat der dinge eine rakete bruder war der biller ein bisschen faber wo bist du 5 ich bin 5 eine für den ersten der robot hat einen stern auf der 4 oder wie kann mich das oder wie geht das boah bitte lass mich schlafen merd kommt wieder mit rakete nach vorne hab rakete achtung rocket willy rocket willy hab sein bin auf 2 ich bin auf 3 ich bin 5 ich glaube es hat geklaut 9,8,7 haben wir wir haben reingeschissen ich wurde nur geparkt ich glaube die führen die führen mit dir komm jungs letzte runde vier punkte das müssen wir gut machen ok kommt 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 ja ja letzte runde hab guten start hä bruder er macht andere richtung kein geschenk mein bruder immer rot ich mit dem reaps hat schon wieder eine rote dinge ja nice ich wurde gefickt ist noch alles nah sind alle vorne ich bin auf 3 auf 8 ja die vorne haben halt jetzt keinen stress und keiner tue ich werde die ganze zeit gefickt weil ich bin auf 10 seit drei jahren ich habe nur pilz bekommen walla billa pilz zicke musste wir brauchen irgendwas auf 10 ja ich mach doch nur zwei geschenke jetzt wieder ein pilz walla billa ich kann doch jetzt kochen guck mal walla billa wieder pilz ne guck mal walla billa wieder pilz ne ah dann ist sie kein pilz man digga jetzt muss jetzt muss jetzt muss ihr müsst auf 2 ja ich bin 3 ich bin 3 ich bin 4 ich bin 5 ich bin richtig arsch ne ich bin 8 ich bin 3 ich bin 3 ich bin richtig arsch ich bin richtig arsch wir haben 1 2 ne ich hab 4 ich hab 4 sauber gg's guck mal wieder pilz ach dehg ich fit pilz bruder was das Vanda Billa ach was ein knapper Lies ach 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 chier wir haben nie Blitze ich hab die ganze Zeit Pilzer ich schock meine mutter sogar bruder ist geht den decider jetzt es geht ein Entschidungsgame mir gehts so kacke ist das krank die reapers hat gerade einen so aufgefahren ja gerade sind wer ist denn überhaupt noch drinnen digga es ist kaiserslautern stuttgart Düsseldorf, Lautern, Leverkusen und morgen Saarbrücken oder Gladbach ist das krass Digger, selber win, Leverkusen gewonnen oh lieber Willi, Meter machen jetzt, Meter machen Okay, jetzt nochmal alles an Span, Willi Ja easy, ich probier's Was Sane da auch wieder 3 grüner hat wie ein AD Aber Sane mockt heute Muss ich einfach ein bisschen, ich brauch nur ein bisschen von dir Meinst du mich? Ja, nee, den anderen musst du hier. Bastard. Wala, 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 wala. Er sagt, meinst du mich? So. Was? Ach, Scheiße. Die sind 1, 2, 3, 4, ne? Ich bin 4. Ich bin 3. Ich bin 5, ich bin 4. Ich bin 2. Ich brauche mich nicht jemanden zu packen. Ich bin 5. Ich bin ganz hinten. Fabo, ich brauche dich jetzt. Ich brauche den Fabo. Hab's den gepackt, hab's den gepackt, hab's den gepackt. Mann. Komm, Edos, komm, Edos. Jeden, jeden Platz. Edos, pass auf, geh bis zum Zeitpunkt. Ich kriege keine Geschenke. Mehr Bombe. Oh mein Gott. Ach, Mann. Ich habe eine für den Ersten. Ich habe eine für den Ersten. Ja, mach, 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 mach. Ist noch eine Runde. Ist noch eine Runde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich habe Rakete. Mach. Bitte, bitte. 5, 4, 3, 2. Nein, Bruder. Irgendwann. Ach, da geht es noch eine Sekunde. Oh mein Gott. Mach. Ey, ich bin 9. Oh mein Gott. Ey, du schützt mich. Dich, als der Keroat. Ey. Oh, Jungs, ich muss mich loslassen. Die Runde. Wo ist Mert? Ey, Bruder, Mert bleibt stehen. Mert bleibt stehen. Ehrlich? Ah, ne, doch. Ich hab geleckt. Willi, ich bin nicht mehr da, ne? Ah, Jungs, Mert wird mich überholen. Mert ist vor mir. Bei mir kracht es so doll, Alter. Ich kann nichts machen. Ich werde die ganze Zeit gepackt. Ich bin runtergefallen. Over. Oh mein Gott, Eldos. Hast du dich gepackt? Ja, vor dem Ziel. Bruder, sind alle 3 vorne. Ach du Scheiße, das ist unberhaft. Oh, 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 oh. Ey, Bruder, bitte müssen wir den Reapers stoppen. Es reicht. Wie viele Punkte haben wir? Das ist 8. Das hat geknallt. Also, wir müssen einzäunen. Yes. Schwerer Start. Ich lande im Mittelfeld. Ich bin da wieder so geschränkt. Gib mir den Pilz. Ja, ist automatisch schwer, Bruder. Wenn du da hinten aufs Rollst, Bruder. Hab, wo bin ich hinter dir? Ja, ich fahre in die Wand rein, Alter. Okay, ich bin 1. Ich bin... Ich bin... Wer ist das? Reap's. Wir brauchen Blitz. Wir brauchen Blitz. Pack ihn, Willi, pack ihn. Halt keinen Schutz mehr. Aber ich habe nichts, womit ich ihn attackieren kann. Boah, wieder ich werde wieder gepackt mit diesem Roten. Nicht so viel heulen. Mach weiter. Willi, ich versuche ihn zu packen. Ja, mach Ries. Ich habe Rote, ich habe Rote. Schießt Rote nach. Ich habe Reap's. Ich habe Reap's. Was ist gerade passiert? Reap's nochmal, Reap's nochmal. Ich kann nicht mehr Reap's. Reap's jetzt zwischen uns. Ich verteidige dich, Aedos. Jungs, wir sind alle vorne. Wir sind alle vorne. Ja, ich verteidige, Edy. Ich verteidige nur. Ich habe drei Sachen zu verteidigen. Aedos, nichts machen. Ja, ich mache nicht. Ich mache nicht. Wir brauchen einen von den ersten. Ja, chill, 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 chill. Ihr werdet attackiert. Fabo, wir sind zu... Alter. Ich sehe jetzt schon, wie ich die reinfahre. Oh mein Gott, ich schwöre diese Bomben von den Reapers. Weiter, weiter. Aedos. Nicht. Ja. Nicht. Fahr, fahr, fahr. Nein. Sie sind gepackt, Bruder. Ach, same. Die sind alle wieder vorne, Jungs. Bruder, ich war ganz safe. Jungs, das ist unmöglich. Alle vorne, alle mit Schutz. Entweder ein Blitz oder wir sagen Aed. Ja, ja. Die können die dann immer aber so nach vorne kommen, so krass. Ich verstehe das nicht. Boah, wieder, wieder, komm mal ran, oder? Ich bekomme jetzt Blitz. Ja, drei Blitz wieder. Das ist so krass. Wusstest du, du brauchst Blitze irgendwie. Ich bin auf zwei. Oder ich bekomme keinen Blitz. Ich habe wieder diese Dings da bekommen. Ich bin auf zwei, Jungs. Ah, ich wurde gefickt. Zweimal. Ach, Digger. Ich kriege keine Items, Bruder. Ich schwöre, ich check das nicht. Ja, weil ich... Das ist durch. Das ist durch. Ja, genau. Oder die haben wieder Top 3. Mann, Bruder. Digger, ich check nicht. Merth da hinten, dass der immer letzter wird, der fickt. Alle unsere Items. Wir kriegen sie nicht. Bruder, guck mal, guck mal, wo er ist. Guck mal, wo er ist. Bruder, wie fährt er? Er ist nicht mal fertig. Er ist nicht mal fertig. Nein, nein, ich bleib gerade stehen. Bruder, wo ist Merth? Ich sag, der machte Sechster, dass wir Scheiß-Items kriegen. Warte mal, ich glaube, ich bin rausgeflogen. 41, 75. Digger, bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Nein, nein. Bruder, er ist... Er ist... Er ist die ganze Zeit ganz, ganz hinten. Ja, Bruder. Was soll ich dir sagen? Ja, Eli, du hast nur zwei Punkte mehr als ich, Digger. Sollst du dich mal fragen, wie komisch das ist. Bruder, wenn er so krass weit hinten ist, dann kriegen wir keinen Blitz und auch nicht für den Ersten. Die sind Erster, Zweiter, Dritter, Vierter. Wir haben keinen Blitz, keine für den Ersten. Bruder, wir sind... Die kommen alle da Römer in unserem Arsch. Bruder, bitte komm ich. Ja, die Feuerpflanze trifft mich. Ja, oder? Oder die drei wieder sind vorne. Oh mein Gott, hab ich mehr... Ja, ich pack mehr, Bruder, der eh letzter ist. Sehr geil. Danke, ihr Freund. Ja, guck mal. Ja, Maniac. Ich musste das so machen, Chat. Ich wäre sonst in so einer verfickte... Ich hasse diese Dreier-Sachen so krass. Die haben eins, zwei, die haben eins, zwei. Ja. Und alle, ich muss sie nicht schießen, muss sie nicht schießen. Ja. Ich hab noch. Ich hab drei Grüne, für was? Ich bin einfach auf sechs und komme nicht voran. Ich bin drei. Wie war es eins, Rohr zwei. Ja, die haben alle was am Arsch, Eli, was machen wir da? Wir brauchen einen Blitz. Ich hab, ich hab, äh, Dings. Also eine Blume. Ich hab, ich hab'n Geist und krieg' ne Münze. Dann nenn mich doch lieber, Digga. Ich hab' ne Bombe. Ach, boah, das ist so ein Bastard. Ich hasse. Und die kriegen einen Blitz. Und die kriegen einen Blitz. Bruder, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, wo er ist. Bruder, guck mal, wo er ist. Was? Nein, Bruder, das und? Die hacken das. Ich schwöre, mit Mert macht das keinen Sinn. Der fickt alles. Was? Was ist das? Ey, diese Runde, Bruder. Also, also warte mal, das war vielleicht die heftigste Runde jemals gerade. Wir hatten eins, zwei mehr bekommen. Ja, Bruder, weil er ganz, ganz, ganz weit dahinten ist und wir Teams spielen. Ist das krank. Das ist so sinnlos. Können wir, also Jungs, das ist ja krank. Ich sag' Sub giften und das war's. Ja, war das mit der Bombe? Mussi hat mich richtig in den Arsch gefickt. Wie viele Subs haben wir gespielt? Bruder, ich war dritter, du. Ja, scheiß auf, das Ding ist eh ober. Ich hab' oft Dings rein, ja. Ne. Also, sollen wir jetzt schon Sub giften, das war's? Ist eigentlich ober. 20 oder 25? 25. Trag deinen Tanga. Ach, Digger. Ich will voll gerne bei Mert eine Runde zugucken. Kann doch nicht wahr sein. Bruder, alles, Alter. Der macht nebenbei noch Mergy weg. Mussi, sei du mal extra hinter Mert. Ja, er wird gefickt in der Luft, oder? Ja, Scheiß. Mussi? Bruder, ich glaub' Mert ist der schlechtste Fahrer von Teils. Ja, Mert macht da, Digger. Bei Mert kann nebenbei noch Elran anrühren, Digger. Das ist so krass. Bruder, wie treff' ich denn Zeit nicht? Er macht Döner nebenbei einfach, oder er gewinnt Zaps. Ausländer. Song noch mal neu schreiben. Er schreibt mit, jetzt gerade U24 mit mir. Und Ausländer 3, weil er hat schon auch 2 gemacht. Ah, jetzt werde ich auch noch getroffen. Ist das geil. Ja, das nicht schießen. Ja, ja. Halb-Banane. Guck mal, Jasen. Fixer. Geh durch innen. Ey, Mert ist einfach vor mir, Bruder. Ich check das nicht. Ach, guck mal. Yeah, bald. Yeah, Beka. Wirklich. Pitch-Cutting-Lightcore. Nee, Mann. Egal, ja. Oh, nein, Bruder. Rein. Kannst du im Bosnischen etwas, ja, ne? Ja, natürlich. Ah, sehr gut. Hier. Guck mal. Kuraz. Kann sein, dass Merz nicht einmacht. Ey, wir haben 2, 3, 4. Nice. Ja, ja. Merz zieht mit Rakete an mir vorbei. Krank. Ich kann attackieren, Eli. Du auch? Du hast noch Rote. Ja, aber das hat mich getroffen. Wieso kittert Rote, Eli? Mach auch einen nach vorne. Wer legt sie vorbei? Merz ist einfach mit zwei Raketen. Bruder. Ich schwör auf alles. Oh mein Gott, Merz kriegt Rocket, Bruder. Nein, nein, nein. Er hat zwei hintereinander. Er hat zwei hintereinander. Nein, nein, nein. Wie hatte er zwei so in einem Ding? Ja, zwei hintereinander gehabt. Bevor ich sauer werde. Ich schwöre, das macht keinen Sinn mit Merz. Der muss disqualifizieren werden von dem vier. Ey, warte mal. Aber wir haben gerade eine richtig gute Runde. Guck mal, das geht einfach noch auf mich, ne? Einen von den ersten. Guck mal, die Bombe. Guck mal, die Bombe. Ist das krass. Oh mein Gott. Guck mal, guck mal. Ich werde letzter. Ich werde letzter. Ist krank. Wallah. Oder wer ist dieser Schielende? Ja, Musti. Was denn? Ich hier. Ich würde meine Subs dann vom Gotti nehmen, ne? Ja. Wer ist der Schielende? Aber du musst mir allen gefallen tun. Tapse, eine Woche timeouten. Weil er so ein B**** ist. Oder bannen sogar. Meine Mods haben seine Nachrichten gecheckt. Er hat... Rotpunkt, Rotpunkt. Er hat beleidigt und so ne Kacke. Bevor er... Bevor er... Bevor einer... Bevor er den Sub bekommt. Er muss erstmal gebannt werden. Ja, ich? Nein, Mann. Wie wär ich? Worts macht ihn weg. Worts macht ihn weg. Und her mit meinen Nashi ist eh. Mach ihn weg, Mods. Das Ding hier ist eh over. Bannen ihn weg, Digga. Das Ding ist Jupe bezahlt nämlich. Krasse Grüne. Wieso chillt Eli bei Hunz? Ich hab einfach gar nicht geguckt, Bro. Ich war so... Ich bin jetzt schon hier dritter. Jetzt bleib ich auch hier. Auch beim Gewitterteam sein. Der ist einfach real geil. Digga, guck schon wieder was passiert. Mal guck dir das an, was wieder was passiert. Du hast mich schon das vierte Mal gefickt, Mann. Ah, ich kann jetzt nicht runter-chatten. Das Ding ist sauber. Egal, red doch mit uns bisschen. Wie war das nochmal mit Worscht und deine Rede am Anfang? Ja, aber du bist nicht mehr so gut gefickt. Hätt mich gefickt. Ich bin nicht mehr so gut. Ich spiele das Spiel einfach nicht. Gib mir ein bisschen Zeit. Ja. Neunter Jungs ist einer, obwohl... Tavo ist der beste Mod von Eli. Ey, bitte. Eldos. Eldos. 1. Besser wird's nicht. Vielleicht krieg ich einen für den ersten, oder? Oder... Das war so schlecht. Krass, die rote wieder. Die Map ist cool zum Beispiel. Die Map kann ich fahren. Oder manchmal, man wird getroffen und man checkt. Du bleibst einfach stehen. Nein, ich bin nicht stehen geblieben, Bruder. Ich war mitten in der Kurve. Eine blaue, Eli. Oh, nee. Oh, nee. Eli, bitte nicht. Bitte nicht die blaue nehmen. Oh, nee, Eli. Bitte nicht die blaue nehmen. Bitte nicht die blaue nehmen. Eine rote für dich, Eli. Ach, Sega. Digga. Digga, was ist das für ein Problem? Warum kommt das die ganze Zeit? Weil ich muss mir einen Controller kaufen. Also, Eli, wenn du gehört hättest, was wir gerade herausgefunden haben über März, du wärst vom Glauben abgefallen. Digga. Vom Glauben. So wie der Mann fährt, glaub ich gar nichts, äh, haut mich gar nichts mehr ab. Bruder, wo... Scheiß drauf. Bruder, der fährt mit einem türkischen Controller aus dem Bazar, Digga. Der kann nicht mehr spielen. Seinen Controller ist kaputt. Ganzes Game land. Jetzt gerade offiziell, ich bin raus. Ich kann nicht mehr spielen, ne? Guck mal. Mein Controller ist so viel nix mehr. Ja, als ob du Controller hast oder nicht, ist dir eh scheißegal. Warum? Oh, Fabo. Es muss sich... Digga, aber wirklich? Ich bin so schlecht in Mario Kart. Digga, ich sage... Ich sage, Mert fickt unsere Items, weil der immer da hinten gammelt. Ja, ist auch so. Aber dass ihr die ganze Zeit quittet und AFK geht, dass wir vom ersten, vom vierten wieder gemixt sind, ist egal. Bruder, er sagt quittet und AFK geht. Ich hante hier... Zwei Runden sind wegen dir gestoppt, Eli. Ja, okay. Ich gebe jemand anderes meine Zubs, Bruder. Ich gebe jemand anderes meine Zubs. Schass auf. Hast du schon bekommen, Eli? Ich nehme mir meine von Gotti. Überweis, Eldos. Eldos, überweis. Nein, nein, Eldos. Eldos, ich mache eh das. Oh, der gekränkte Gotti. Eli, du stinkst nach Scheiße. Weißt du aber... Nach Scheiße stinkst du. Weißt du, wer nach Scheiße stinkt? Deine Umsonstbestellungen bei Elevate und VitaVate, die du ab jetzt nicht mehr bekommst, oder? Ja, die nehme ich aber auch nicht groß an. Nein, die bekommen... Die kommen nicht mehr. Die kommen nicht mehr, mein Bro. Die werden nicht mehr kommen. Free Werbung? Free Werbung sagst du nein? Ja, da sage ich nein. Hä? Da sage ich nein. Die nimmst du an, die nimmst du an, aber dann hier so kacke labern, oder? Ja, das ist doch wahr. Du kommst hier rein und sagst, mach's gut, wenn du einmal vor mir warst. Ja, genau. Das ist so. Aber aufstehen kannst du aber einstecken nicht. Nein, 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 nein. Aber du... Kannst du nicht? Du sagst, du sagst... Du sagst, du sagst... Nein, nein, du sagst... Du sagst, dass ich wegen mir das Ding abgekackt ist, wovor ich... Beim einen Mal konnte ich was dafür, aber beim anderen doch nicht, Bro. Wenn ich da was kann. Ja, okay, dann konntest du beim ersten Mal nicht. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Hab. Aber es ist eh zu Ende. Mert, wir gehen den Dings ab. Dankeschön, Eli. Danke fürs Organisieren. Wir gehen den Dings ab. Danke, Mert, fürs Organisieren. Eders, ich danke dir für die Einladung. Werde ich nochmal eingeladen, weil dann kaufe ich mir einen Controller. Ja, natürlich, natürlich.